Wir fahren hier wieder auf einem Bildschirm, wo wir sind. Noch gibt es irgendeine Durchsage. Ich tippe aber ganz stark darauf, dass unter uns jetzt Lissabon liegt. Und wenn ich so an die Bucke denke, sehe. Also das mit Lissabon gerade war gar nichts. Wir sind nämlich jetzt am Frankreich vorbei und über Portrille. Das müsste da unten, das muss ich weder da auch noch sagen. So, klar, aber man sollte jetzt eigentlich gar nicht. Wir sind in Spanien und in der Mitte im Festland. der Mitte im Festland. Das könnte jetzt funktionierend werden. Aber sie ist mit der Mitte im Festland. Die Drogen sind die Gäste des Gäste des Gäste. Bauten die Veröntungsgeräte. Es ist natürlich schadbar. Und sie wurden in der Mitte im Festland. Und sie haben jetzt nicht das Ganze geholfen. Alles gut, was er? Nein, das war dann wieder alles gut. Ja, das war dann ja. Und du hast das eine Idee? Das war dann? Noch nie, ich war das mit einem anderen Haus. Ich bin es schwierig. Ich bin es schwierig. Töne mich, du bist schon ... Ich hab noch nicht. Es gibt es nicht, du bist. Was ist das? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.